Hey YouTube, willkommen aus der What. Heute möchte ich euch die App Garage Sale vorstellen. Mit dieser App kann man eBay Auktionen erstellen und verfolgen und wie das ganze läuft zeige ich euch jetzt. Hier habe ich zum Beispiel die Playstation Auktionen die ich gerade am laufen habe offen und hier oben seht ihr schon kann man den Titel einstellen und verändern. Denkt dran Untertitelkosten zusätzlich. Genauso wie Bilder. Bilder kosten auch zusätzlich aber das schöne ist nochmal mit dieser App kann man beliebig viele Bilder hochladen und die werden auf dem Server von Garage Sale gespeichert. Das heißt ihr bezahlt nicht extra für jedes Bild sondern ihr bekommt das ganze kostenlos mit dieser App dazu. Die Beschreibung ist auch klar. Einfach eine Beschreibung eingeben etc. fertig. Dann können wir den Startpreis festlegen. Wir können entscheiden ob wir das sofort verkaufen wollen oder nicht. Erste Kategorie, zweite Kategorie etc. etc. Artikelzustand können wir setzen. Dann welche Bezahloptionen wir haben wollen. Also Paypal muss man ja als Beginner. Und dann Überweisung, Bezahlung per Abholung, Nachnahme und was es nicht alles gibt. Dann können wir hier auch den Versand raussuchen. In diesem Fall DHL Päckchen. Und ihr seht da kann man auch noch den Preis angeben was das ganze kosten könnte. Sollte man sich halt vorher informieren. Bereits gestarteter Auktion steht jetzt hier eine. Das heißt die läuft schon. Und schauen wir uns mal eine an die nicht läuft. Das ist diese Beispiel Auktion hier die dabei war. Damit ich euch das weitere noch zeigen kann. Denn hat man einmal so eine Auktion so weit ausgefüllt sieht man hier die Seite wie das ganze aussehen könnte. Wir haben hier verschiedene Vorlagen. Die sind alle kostenlos. Aber man kann auch kostenpflichtige Designs noch dazu kaufen. So zum Beispiel hier dieses iPhone Theme. Sieht das ganze aus wie ein iPhone übergroßes. Ganz schick. Aber für 7,99 Euro für ein einzelnes Theme lohnt sich das gar nicht. Auch hier 2,99 Euro um das als Notebook zu gestalten ist eigentlich zu viel. Und so schlecht sind die die dabei sind auch nicht. Das einzige was vielleicht ein bisschen stört. Mich stört es nicht aber ein bisschen stört ist dieser kleine Sticker der da mittendrin ist. Dieses Label. Dass das ganze mit Garage Sale erstellt wurde. Ich finde es nicht weiter schlimm. Aber manche Leute mögen sich daran stören. Wenn man jetzt hier auf weiter klickt. Hätte ich noch eine Kategorie auswählen müssen. Dann kann man sehen was das ganze kosten wird wenn man es dann rein stellt. Und wenn man das dann fertig reingestellt hat dann sieht das ganze so aus. Hier unten seht ihr meine laufenden Auktionen. iPod und Playstation Portable Spiele und jetzt auch diese Playstation Portable. Ihr seht es haben drei Leute das als beobachten geklickt. Aber geboten hat noch niemand. Das Startgebot liegt immer noch bei 1 Euro. Wenn wir jetzt auf den iPod Touch klicken. Da sieht das schon ganz anders aus. Da habe ich schon 13 Gebote und das ganze steht bei 56 Euro. Die Einstellgebühr war 1,25 Euro und es gibt insgesamt 38 Beobachter. Und wann die Auktion endet. Das steht da auch noch. Nämlich 19.31 Uhr. Wir könnten jetzt auch die Auktion noch ändern. Oder das ganze ein bisschen promoten oder auch in Safari anzeigen. Und das ist quasi schon die ganze App. Ich finde es ziemlich gelungen. Hier seht ihr nochmal das fertige Produkt dann. Beim iPod in diesem Fall. Ich finde es ziemlich gelungen diese App. Sie funktioniert einwandfrei. Wenn man hier auf aktualisieren klickt, dann kann man gucken was da passiert. Aber im Moment passiert da nichts. Und es hilft ein einheitliches Bild zu bewahren. Das ganze ein bisschen professioneller aussehen zu lassen. Und ja. Mir gefällt diese App wirklich gut. Vor allem schön. Man kann auch offline alles schon fertig machen. Und wenn man dann irgendwo online geht, dann kann man sie erst ins Netz stellen. Also man muss nicht die ganze Zeit mit dem Internet verbunden sein. Und das finde ich auch sehr sehr praktisch. Also ich hoffe die Review hat euch gefallen. Und wir sehen uns demnächst wieder. Macht's gut. Bis denne und tschüss. 5. 5. 3.